hallo liebe bastel dudes ich bin's Janina von den strahlenden momenten und fange auch mal direkt an zu kegeln nein natürlich nicht heute möchte ich mit euch eine weitere kleine explosions box basteln inspiriert tatsächlich durch das wetter außen also für diejenigen die jetzt nicht gerade aus dem rheinland oder aus hessen kommen wo die karnevals hochburgen sind dieses wochenende ist eigentlich so naja der der start zum warm werden für morgen für rosenmontag und es sind wahnsinnig viele jacke wahnsinnig enttäuscht einfach aufgrund des wetters es stürmt es regnet es ist richtig ekelhaft draußen für den ein oder anderen sehr traurig mich hat das inspiriert noch mal ein bisschen zu basteln von daher für mich ist es ganz okay aber für diejenigen die jetzt zu hause sitzen es tut mir leid ich bin in gedanken bei euch genau das wollte ich nur mal kurz in eigener sache sagen ja also heute möchte ich mit euch eine solche kleine explosions box basteln und ich lüfte moment ja ich weiß dann immer nicht was vorne und was hinten ist also ich sage also von der seite her habe ich es euch ja schon gezeigt und wenn man den deckel herunter nimmt das sollte nicht passieren habt ihr hier in der mitte badeherzen dann passend fürs ambiente gibt es hier auch schon ein teelicht eine kleine schoki als proviant und die weisheit nimm dir zeit zum glücklich sein das sollten wir alle viel öfter tun ich fürchte fast wir machen das alle viel zu selten ja also das hier ist jetzt da sind wir wieder beim schubladendenken dann doch eher eine mädchenversion mädchen frauenversion weil ihr aber nicht nur frauen gerne baden habe ich mir überlegt wir machen das ganze auch einfach mal für ein mann oder spricht ja nichts dagegen das heißt hier möchte ich gerne eine männer variante mit euch gemeinsam basteln ich nehme hier auch schon mal die herzchen raus die brauchen wir dann nämlich gleich für die andere box auch an dem an dem organza säckchen was um die herzen drum ist kann ich jetzt hier zunächst einmal nichts mehr ändern das heißt auch das wird gleich noch rosa bleiben aber der rest wird männlich ich suche mir meine sieben sachen zusammen und dann würde ich sagen starten wir gleich auch direkt oder also bis gleich kuckuck ihr lieben da bin ich wieder ok also ich habe hier schon mal ein bisschen was ausgebreitet und viel mehr werden wir zunächst einmal nicht benötigen meine ich natürlich kann spontan immer noch das ein oder andere dazu kommen aber so in der ersten intuition würde ich sagen das was hier aufgebaut ist reicht ich habe mir hier noch reststücke von dem farbkarton schokobraun das ist eine sehr schöne farbe aktuell gibt es die allerdings leider nicht mehr deswegen wäre es jetzt auch useless euch die artikelnummer durchzugeben das hier ist auf jeden fall das schokobraun wie ich finde wirklich eine schöne farbe für männer auf jeden fall perfekt das habe ich einmal geschnitten 21 x 21 cm und der ein oder andere fuchs von euch wird das auch schon gesehen haben ich habe das ganze auch schon gefalzt bei sieben und bei 14 cm das ganze um 180 grad gedreht und dann noch einmal bei sieben und bei 14 cm gefalzt so dass ihr neun kästchen a 7 x 7 cm erhaltet den deckel habe ich auch schon zurecht geschnitten und auch schon gefalzt der hat die maße 12,2 x 12,2 und ist gefalzt an jeder seite bei 2,5 cm könnt ihr das sehen ja ist schon gefalzt genau dann habe ich mir hier streifen geschnitten ich erkläre euch auch jetzt gleich direkt warum und zwar habe ich aus einem diner 4 blatt in flüster weiß habe ich mir drei streifen in 7 x 7 cm ach quatsch was erzähle ich da nicht in 7 x 7 sondern in 6 x 6 cm geschnitten das werden wir gleich bestempeln damit wir hier einen schönen hintergrund haben für außen als auch für innen die brauchen wir zum bestempeln selber würde ich in diesem falle zu sahara sand greifen das ist wie ich finde passt das ganz gut das ist nicht ganz so dunkel also wenn ihr das auch hört das ist der sturm außen das ist hier wir sind sicher aber der sturm tobt ganz gut und für für innen brauchen wir natürlich noch ein teelicht das muss ich mir gleich noch gerade holen und ein kleines schokilein hier ein glücks keks finde ich total süß das kommt da auf jeden fall mit rein und hier hätten wir auch noch das teelicht genau ja ich würde sagen wir können durch starten wollen ach so an stempeln habe ich mir überlegt ich möchte gerne so so striche stempeln also streifen stempeln und dazu eignet sich hier aus dem set tulpen grüße ganz gut dieser stengel dieser stil können wir jetzt gleich einfach immer weiter stempeln und dann ist das ganze auch schon gut ich würde sagen wir beginnen in dem falle auch mit dem stempeln dann können wir das nämlich hier alles vom tisch legen zunächst einmal kommt noch mal eine unterlage dazu und dann müsstet ihr euch wenn ihr euch auch papier bestempeln wollten natürlich zunächst einmal gedanken darüber machen wie ihr das später schneiden möchtet also für mich ist ganz klar ich möchte das so schneiden und ich mag auch gerne quer streifen bei streifen ist das nicht so wild wenn ihr aber was anderes stempelt müsst ihr euch im vorfeld gedanken machen gut dann ziehe ich mir hier mal den stil auf einen block muss erstmal leer machen und dann werde ich so einfach peu a peu weiter hoch stempeln und gucke mir zunächst einmal an wie dunkel das ganze wird das ist doch ganz schick und wir brauchen doch ein bisschen mehr ich nehme euch hier mal ein bisschen näher mit rein wenn es links und rechts ein bisschen drüber stempelt ist es ja nicht schlimm dafür ist das schmierpapier und das machen wir jetzt die drei streifen lang das lasse ich euch jetzt gleich allerdings im schnelldurchlauf laufen weil wie man stempelt ist euch denke ich nur zur genüge bekannt das heißt das schaffe ich schon alleine ich bin ja schon groß dann sehen wir uns gleich wenn ich damit fertig bin bis gleich bis gleich So, jetzt habe ich noch ein paar Minuten. Okay, ihr Lieben, da bin ich wieder. Also ihr habt es gesehen, ich habe mir die Streifen hier gestempelt und dann auch schon mal direkt zurechtgeschnitten. Und die werden wir gleich auch aufbringen, innen und außen. Allerdings habe ich mir tatsächlich auch noch zwei Stücke in Flüsterweiß in den Maßen 6x6 zurechtgeschnitten, die nicht bestempelt sind. Eins auf jeden Fall für den Gruß und bei dem anderen, nun ja, ich weiß immer nie, was sich noch so bei mir ergibt. Deswegen mache ich das besser gleich von Anfang an. Gut, okay. Und dann würde ich sagen, habe ich mir hier schon mal eine Schere gegriffen, was ich jetzt nicht, das habe ich auch. So, ich falze jetzt zuerst einmal die Falzlinien nach, die ich ja im Vorfeld schon gefalzt hatte. So, und dann schneide ich hier wieder an der Falzlinie, ich mache das immer auf der rechten Seite, die Falzlinie sozusagen raus, schräge mir das Ganze an und schneide hier unten auch direkt im selben Atemzug was mit weg. Das heißt, ihr habt am Ende hier nur so eine kleine Lasche. Das mache ich jetzt auch nochmal gerade rundherum und ihr kriegt den Schnelldurchlauf. Und dann geht's weiter. So, das haben wir direkt entsorgt. Dann haben wir hier den Deckel schon mal soweit. Und schaut mal, ich finde, das macht sich echt richtig gut, oder? Was meint ihr dazu? Ich finde, das passt. Okay. Wir haben hier jetzt aber auch noch ein bisschen was auszuschneiden. Und zwar falze ich auch hier zunächst einmal alle Falzlinien nach. Und dazu drehe ich mir das einfach mal gegen den Uhrzeigersinn oder im Uhrzeigersinn. Das ist völlig egal. Und dann sehe ich auch hier die Falzlinien besser. So, ihr habt das hier wahrscheinlich gesehen. Hier ist keine Tasche mit drin. Dieses Teelicht will hier nicht halten. Hier sind wirklich überall ganz normale Laschen. Ich werde das bei diesem Exemplar hier nochmal ein wenig anders machen. Und, ähm, oder? Ne. Ne, mache ich nicht anders. Ich mache das nochmal genauso. Entschuldigung. Ähm, ich hatte zuerst überlegt, für den Gruß kann man hier auch ein Täschchen machen. Dann könnte es derjenige, der es geschenkt bekommt, auch nochmal weiter verschenken, indem er einfach nochmal ein Stück weißen Farbkarton neu mit reinlegt. Aber, dann sieht es ja nicht mehr so aus. Und das wollen wir nicht. Also, schneide ich mir jetzt hier mit der großen Schere an der Falzlinie entlang bis zur ersten Kreuzung. Und das mache ich mit allen äußeren Ecken. Also hier dieses, dieses, dieses und dieses. Das kriegt ihr auch nochmal im Schnelldurchlauf. Ich bin gleich wieder da. Okay, jetzt haben wir hier diese Box, diesen Rohling, im Prinzip ja schon fast soweit, dass wir ihn bekleben können. Fast im Sinne von, hier sehe ich gerade, habe ich die Falzlinie noch nicht ganz mit ausgeschnitten. Das werde ich noch nachholen. Dann habt ihr nämlich die Seitenteile deutlich schöner. Okay, das haben wir dann auch. Und dann werde ich mir jetzt ringsherum mit meinem Eckenabrunder nochmal die Ecken abrunden. Und dasselbe mache ich dann auch mit dem selbstgestempelten DSP. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, meine Lieben, auch das haben wir soweit schon mal vorbereitet. Das heißt, es geht jetzt wirklich noch daran, das Ganze zu bekleben. Sowohl von innen als auch von außen. Und da müsstet ihr euch jetzt natürlich überlegen, möchtet ihr die lieber hoch, also hochkant oder möchtet ihr die lieber quergestreift. Das bleibt jedem selber überlassen. Ich glaube, ich mache es so hochkant. So, und dann fange ich jetzt in dem Falle tatsächlich auch außen an. Brauche aber natürlich noch meinen Tombow. Und dann klebe ich das hier außen schon auf. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich die alle aufgebracht habe. Und dann geht es an den Feinschliff. Und da. So, ihr Lieben. Eine Sache haben wir eiskalt vergessen, nämlich, es soll ja auch noch der Spruch mit eingefügt werden, dass man sich die Zeit nehmen soll, um glücklich zu sein. Das werden wir jetzt ganz fix noch nachholen und ich werde zusätzlich auch nochmal für dich rundherum stempeln. Und dann setzen wir die fehlenden Puzzleteilchen nur noch zusammen, aber das mache ich nochmal gerade und dann sind wir auch mit dem Stempeln wirklich durch. Bis gleich! Okay, jetzt sollten wir tatsächlich soweit alles haben. Das heißt, ich klebe jetzt hier auch nochmal ein, nimm dir Zeit zum Glücklichsein. Und dann können wir schon die Schoki anbringen und noch diesen kleinen Kreis. Das ist übrigens noch ein Überbleibsel. Aus meiner Restekiste. Die passt aber hier auch gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Deswegen kommt die hier in die Mitte. So, ja, das ist so ein kleines Platzdeckchen und da kommen dann die Herzchen rauf. Okay, hierfür, für die Schokolade brauchen wir dann wiederum die Mini-Glue-Dots, genauso auch für das Teelicht. Also irgendwie, da kommt da wieder der kleine Aufhebhelfer, ihr kennt ihn inzwischen von mir auch schon, gell? Dann nehme ich jetzt mal zwei und dann klebe ich mir das hier einfach in die Mitte, den kleinen Glückskeks und dann machen wir auch direkt das Teelicht. Dafür drehe ich es mir auf den Kopf, batsche mir, sofern es das zulässt, hier jetzt den Glüh dort hinten ran, hole mir dann das Teelicht nochmal raus, sofern ihr denn so ein Teelicht habt, ne? Und drücke das Teelicht hier auf dem Designerpapier sozusagen fest und habe dann hier nämlich auch mein Teelicht drin. Also ihr seht, die Schoki sitzt, das Teelicht ist da, der Spruch ist da, Platz zum Hinterlassen von Grüßen ist da. Das heißt, wir könnten das Ganze jetzt schließen. Das mache ich auch gleich, allerdings erst, nachdem ich hier, und hier lasse ich tatsächlich die, ähm, hier lasse ich tatsächlich die Kanten eckig, weil das, was oben ist, sieht man ja unten nicht im direkten Kontext. So, uh. Okay, und dann mache ich immer so, dass ich mir schon mal zwei Ecken zusammenklebe und dann schaue, ob ich es wirklich gut genug gemessen und gefalzt habe, dass alles gut passen sollte, weil dann können wir auch den Rest zusammenkleben. Dazu kommt hier ein bisschen Tombow rauf. Ihr könnt das auch mit Snail oder mit einem anderen Kleber machen, der, ähm, der doppelseitig ist. Ich finde tatsächlich, dass der Tombow mit am besten hält, aber das ist euch überlassen. So, dann haben wir hier jetzt Lasche zwei. Okay. Und dann machen wir das Ganze jetzt einmal zu. Und jetzt sehen wir, wenn wir hier die Ecken noch mit reinfudeln. Da sieht das immer noch super aus. Das heißt, also ich schaue dann immer, ob das wirklich auch so passt und sich noch ein bisschen hin und her schütteln lässt. Das tut es in dem Fall. Das heißt, ich nehme es wieder ab. Kann mir dann auf die verbleibenden beiden Ecken auch noch mal Tombow raufsprühen. Sprühen vor allem, ne? Oh, Leute. Und das ist Wochenende. Und das ist schon fast wieder vorbei. Wenn ich so auf die Uhr gucke. Hei, 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 hei. Ich werde jetzt gleich auch mal ganz fix das Video noch mal auf die richtige Seite drehen, damit ich euch das gleich noch hochladen kann. Was ich heute Morgen schon veröffentlicht hatte, es wird ab morgen bei mir eine Osterserie geben. Das heißt, ich werde mir ein paar Mitbringsel, Geschenkideen, Karten rund um das Thema Ostern einfallen lassen. Und daran lasse ich euch teilhaben. Das wird immer kommen montags und donnerstags. Und solange ich noch kreative Ideen habe. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Aber jetzt gucken wir uns erst noch mal hier dieses kleine Mitbringsel an. Auch für den Mann perfekt, oder? Ich finde, das sieht total schick aus. Und da sieht man mal wieder, man sollte so Stempelsets nicht immer nur auf das Thema reduzieren, was oben aufsteht, sondern wirklich auch mal kreativ ein bisschen überlegen. Ich hatte zunächst überlegt, ob ich hier raus noch die Punkte nehme oder vielleicht noch so den ein oder anderen Zweig. Das hat hier jetzt aber für meine Begriffe zumindest vollkommen ausgereicht. Und da Männer, also die meisten zumindest, es ja doch eher schlicht mögen, finde ich diese Box einfach klasse, oder? Gut. Für den Inhalt, dass das in einem rosa Organza-Säckchen ist, da bin ich dran unbeteiligt. Das habe ich so gekauft. Ihr könntet jetzt, wenn ihr eine größere Box macht, auch hier so eine, so eine, wie nennt sich das denn dann? Sprudel-Badekugel nehmen. Dafür bräuchtet ihr allerdings eine größere Box. Die würdet ihr dann nicht mehr geschlossen kriegen und auch kein Schoki mehr unterkriegen, kein Teelicht mehr. Deswegen finde ich hier die Herzchen, ehrlich gesagt, ganz süß. Ja. Also das war jetzt so mein Tipp für ein Mitbringsel, für einen Mann oder ein kleines Geschenk, so mal für zwischendurch. Ich finde, das macht sich sehr gut. Und, ja, lasst mich doch gerne mal wissen, was ihr von dieser Box hier haltet. Ob ihr sagt, ja, das ist cool, kann man nutzen, oder ob ihr sagt, boah, nee, sowas ist total anti, ich kenne keinen, der gerne badet. Man weiß es ja nicht. Ja. Also, mein Tipp für heute, eine kleine Box. Habt ihr schnell gemacht, habt ihr schnell was mitgebracht. Und ich sage, bis morgen, weil morgen geht auf jeden Fall das erste Video online zu der Osterserie. Und dann sehen wir uns auch ganz bald wieder. Passt auf euch auf, fliegt mir nicht weg. Solltet ihr feiern sein, ich hoffe, ihr konntet ordentlich Kamelle und Strüssje fangen und ihr hattet trotzdem miesen Wetter draußen. Spaß. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin. Malet Jod. Tschüss.